Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Hochzeits-Podcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeits-Podcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profitipps für die Planung und den Hochzeitstag. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Der liebe Hung sitzt mir gegenüber. Hallo. Und heute ist das Thema, was wir nämlich ganz oft gefragt werden, warum sind Hochzeiten so teuer? Ich glaube, das ist die meistgefragteste Frage auf Google in Bezug auf Hochzeiten, glaube ich. Kann gut sein. Viele sagen auch immer hier, sag lieber, du machst Geburtstag, sag nicht, du feierst eine Hochzeit, weil dann wird es gleich teurer. Aber muss gar nicht so sein. Aber ja, wir haben uns überlegt, wir erzählen euch mal aus unserer Sicht, aus unserer Dienstleisterbrille, warum Hochzeiten denn so teuer sind. Und vielleicht wird es euch am Ende der Folge auch ein bisschen klarer, dass es auch berechtigt ist. Das ist nicht nur einfach, ist es einfach nicht nur so, hey, ihr seid ein Brautpaar, ihr müsst jetzt mehr zahlen, sondern es ist einfach mehr Arbeit am Ende des Tages. Wir können ja vielleicht mal so gucken, zum Beispiel die Location, was sie für mehr Arbeit hat. Also eine Location für einen Geburtstag würde man vielleicht anrufen und sagen, ich reserviere einen Tisch für 30 Personen an dem Tag, die Uhrzeit und würde vielleicht noch ein Essen aussuchen, dann ist man halt fertig. Und der Mehraufwand einer Hochzeit ist, dass das Brautpaar, ich glaube, mindestens dreimal zur Location kommt, wenn es jetzt ganz wenig ist. Also einmal kommt ihr zur Besichtigung, guckt euch die Location an und meistens führt euch ein Mitarbeiter rum und erzählt euch alles, alle Möglichkeiten, die ihr habt. Das zweite Mal wäre ein Detailgespräch. Wenn ihr wirklich vorbereitet sind, sucht ihr Speisen und Getränke aus. Theoretisch reichen zwei Termine. Aber ganz oft seid ihr vielleicht gar nicht so vorbereitet, wenn ihr keinen Planer habt, da habt ihr vielleicht noch ganz viele Fragen, nämlich die ganzen Fragen von euren ganzen Dienstleistern und ihr müsst erstmal Dinge klären, die ihr nicht wisst, weil ihr habt vielleicht noch keine Zeit organisiert. Also werdet ihr wahrscheinlich einen Termin benötigen, um ganz viele Fragen zu stellen und dann nochmal den dritten Termin, wo ihr dann auch mehr wisst von allen Seiten, was benötigen die Dienstleister, was wollt ihr und wo stehen die Tische und die letzten Fragen klären und dann noch die Speisen und Getränke klären. Also ihr braucht mindestens drei Termine. Und da seht ihr schon den riesen Mehraufwand der Location und die Location hat euch ja auch noch ein Angebot geschrieben. Und dieses Angebot wird meistens noch dann in einen Vertrag umgeschrieben und nach diesen Detailgesprächen werden meistens noch Ablaufpläne geschrieben und wenn ihr euch nicht so gut entscheiden könnt, werden diese Ablaufpläne vielleicht auch noch zehnmal verändert. Genau. Also von daher seht ihr schon, obwohl ihr noch gar kein Tür, gar keinen Fuß in die Tür am Hochzeitstag getan habt, wie viel Arbeit eine Hochzeit ist für eine Location. Richtig. Und dann für die Location ist es ja auch noch so, es kann sein, dass sich der DJ noch meldet und fragt, wo kann er anfahren, wo kann er aufbauen. Vielleicht meldet sich die Person für eine Torte noch. Es kommen vielleicht noch zwei, drei Künstler, die auch noch eine Frage haben wegen Garderobe oder solche Dinge. Na und die Bekannten und die Freunde, ne? Vielleicht haben die noch irgendwas geplant im Hintergrund. Genau, stimmt. Das ist der Klassiker, ne? Genau. Wollen noch wissen, ob es vielleicht einen Beamer vor Ort gibt in der Location oder vielleicht gibt es eine Beamer-Wand oder wo kann man was aufstellen, wo sind die Stromanschlüsse, ne? Kann sein, dass die Dienstleister, sowas quasi wie ich, wie ich als Hochzeits-DJ wissen will, ob es Stromanschlüsse gibt. Vielleicht macht man eine Trauung draußen und der Trauredner oder die Band oder der Musiker möchte wissen, wo da die Stromanschlüsse sind. Vielleicht macht man auch noch Begehungen. Das gibt es ja dann manchmal auch. Gerade so ein Caterer kann ich mir vorstellen, wenn es eine große Sache ist, dann macht er vielleicht auch eine Begehung vor Ort. Dann muss der Location-Betreiber ja da auch einen Termin vereinbaren, wenn er jetzt selber keine Küche hat. Also im Umkehrschluss, da ist halt viel, viel Arbeit mit verbunden für den Betreiber. Genau. Und deswegen ist das Argument, dass natürlich eine Location schon im Vorhinein so viel mehr Zeit aufwenden muss, dass es halt einfach auch irgendwie sich rechnen muss. Genau. Also das ist jetzt das Thema Location. Nur angerissen. Nur angerissen. Das ist grob. Darüber können wir, glaube ich, tagelang schwätzen. Genau. Aber denkt einfach diesen ganzen Aufwand, dass da auch eine Person diesen ganzen Schriftverkehr mit euch macht. Weil ihr wollt ja sicher gehen, dass alles perfekt läuft. Ihr wollt alles schwarz auf weiß haben. Auch die Location möchte sich absichern. Und von daher allein diese Büroarbeit vor dieser Hochzeit und diese ganzen Termine, um alles zu zeigen. Ja, und je aufwendiger eure Hochzeit ist, desto mehr Termine braucht ihr. Richtig. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Hochzeit, wo wir auch mit dem Feuerwerker, der nicht vor Ort sich auskennt, oder auch mit einer Person, die abends die Wege beleuchten soll. Wir versuchen natürlich, wenn wir als Hochzeitsplaner, kennen ja auch die Location-Seite, wir versuchen dann immer einen großen Sammeltermin zu machen. Aber das geht halt manchmal auch nicht. Also deswegen einfach versteht die Location ein bisschen, dass es einfach so viel mehr Aufwand hat. Genau. Thema DJ. Vielleicht kannst du das ja erzählen. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt so ein Club-DJ bin und zur Arbeit gehe oder ob ich jetzt Hochzeits-DJ bin? Ist da auch ein Mehraufwand? Ja, definitiv. Also ich kenne ja beide Seiten. Ich komme ja ursprünglich, vor mehreren Jahren habe ich ja im Club viel aufgelegt und habe mich dann dazu entschlossen, auf einem schönen Familienfest aufzulegen zu dürfen wie auf Hochzeiten und sehe natürlich beide Seiten. Für den Club-DJ ist es so, es ist jetzt sehr pauschal, aber es ist trotzdem, die Hard Facts stimmen schon. Für den Club-DJ ist es so, er ist jede Woche in derselben Location oder in verschiedenen Clubs, aber trotzdem ist es ja vom Grobe her trotzdem ein Club. Also das heißt, die Gäste kommen zum Tanzen, er kann im Prinzip, ich sage mal, aus dem Musik-Genre einen sehr kleinen Bereich ausschöpfen. Und ein Hochzeits-DJ hingegen, der braucht halt eine große Musikbibliothek. Das reicht da nicht nur irgendwie Rock und Pop zu spielen, sondern muss da noch ein bisschen weitergehen. Also sprich, die Musikauswahl ist da schon viel, viel kleiner und größer. Für den Hochzeits-DJ größer, für den Club-DJ etwas kleiner, in der Regel. Der Hochzeits-DJ hat auch noch ein bisschen mehr Aufwand, viel, viel mehr Aufwand. Das hatten wir jetzt gerade bei den Location-Betreiber schon. Also die Absprachen mit dem Brautpaar, Absprachen mit anderen Dienstleistern, überhaupt im Vorhinein, bevor es überhaupt losgeht, die Besprechungen. Das ist ja sehr zeitaufwendig. Wie viele Besprechungen machst du meistens mit dem Brautpaar? Also mit dem Brautpaar in der Regel habe ich drei Gespräche. So viele? Ja, erstes Kennenlern-Gespräch, zweitens quasi so ein Hey-Hallo-Wie-Gehts-Di-Gespräch und dann noch ein finales Gespräch. Das ist so klassisch. Nicht immer, aber oftmals habe ich drei Gespräche. Okay. Und das sind jetzt die festen Gespräche. Es gibt dann immer so zwischendurch natürlich noch Fragen. Die Mutter möchte noch irgendwie noch singen oder so von der Braut und fragt mich, ob sie noch ein Mikrofon, ob ich noch ein Mikrofon mitbringen kann. Der Papa der Braut fragt mich, ob ich eine CD abspielen kann. Also so zwischendurch kommen immer noch Fragen. Also das ist natürlich, das ist auch Zeit. Die hat einen Club-DJ nicht. In der Regel nicht. So diese Zwischenfragen. Klar, es ist nicht viel, aber trotzdem zählt das als Zeit- oder Arbeitszeit dazu. Der Hochzeits-DJ hat in der Regel auch noch ein größeres Know-how. Das ist also ein größeres Wissen. Er braucht größeres Wissen als ein Club-DJ. Ich mache jetzt mal ein plumpes Beispiel. Der Club-DJ, der braucht ja irgendwie nicht wissen, wie der Anschluss von dem Mikrofon von A nach B verlegt wird. Weil in der Regel gehst du in den Club als DJ und alles steht schon. Du musst dich jetzt damit nicht beschäftigen, irgendwas aufzubauen. Das heißt, der bringt nur sein Laptop mit, oder? Der bringt nur sein Laptop mit. Ich kenne DJs, die legen wirklich nur mit einem USB-Stick und mit Kopfhörern auf. Mehr haben sie nicht dabei. Ja, und eine Packung Kaugummis. Das war es. Also kenne ich tatsächlich. Es ist ja pauschal gesagt. Das ist nicht jeder so. Beim Hochzeits-DJ würde es eigentlich nicht gehen. In der Regel zumindest nicht. Dass er nur mit einem USB-Stick und nur mit Kopfhörer und Kaugummis, das wird nicht funktionieren. In der Regel bringt der ein volles Arsenal an Technik mit. Sprich, Lautsprecher, Mikrofon und so weiter. Und jetzt kommt nochmal das, was ich gesagt habe, zu dem Know-how. Er muss halt auch wissen, wie man das anschließt. Also diese Expertise, wie diese Sachen überhaupt funktionieren, wie man die aufstellt, wie man die anschließt. Das hat man als Club-DJ vorher nicht gebraucht. Weil du bist reingekommen, hat das alles schon. Also ist egal, wie das angeschlossen wird. Aber als Hochzeits-DJ musst du halt wissen, welche Anlage du brauchst, welche Techniken du brauchst und wie man die quasi aufbaut. Also gerade dieses Know-how, das ist natürlich in diesem Preis auch irgendwie mit eingerechnet. Ja, und die Technik überhaupt, die musst du ja erstmal kaufen, ne? Das kommt, genau, das ist der zweite Punkt. Und dann geht ja mal irgendwas kaputt oder die Laptops spinnen und dann muss man ja regelmäßig sich ein neues Laptop kaufen und so, ne? Genau, als Club-DJ hast du einfach dieses Invest, dieses Einmal-Invest hast du da nicht in der Regel, wo du hingegen als Hochzeits-DJ musst du einmal richtig ordentlich investieren. Und einmal ist eigentlich auch das falsche Wort. Du investierst regelmäßig, weil du, die Technik, die wird ja auch immer moderner oder besser oder es geht auch immer Technik kaputt und musst Sachen immer wieder nachkaufen. Und das ist natürlich auch beim Hochzeits-DJ irgendwie mit eingepreist. Genau. Aber was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt Geburtstag feiere? Also Geburtstag feier, da musst du auch die ganze Technik mitschleppen, aber da gibt es da auch weniger Absprachen als bei einer Hochzeit? Also ja, beim Geburtstags-Booking ist es natürlich vom Aufwand viel, viel weniger als bei einer Hochzeit. Da hast du in der Regel keine drei Gespräche, in der Regel hast du maximal zwei Gespräche, einen kennenlernen und dann vielleicht nochmal kurz ein ganz, ganz kurzes Telefonat eine Woche vorher. Aber in der Regel hast du nicht so den zeitlichen Aufwand. Und Technik bringst du natürlich auch mit, der technische Aufwand bleibt gleich. Der Vorteil an Geburtstagsfeiern ist teilweise, dass du quasi auch außerhalb der Hochzeitssaison Geburtstagsfeiern hast. Dazu kommen wir vielleicht auch gleich oder wollen wir es jetzt anreißen mit der Hochzeitssaison? Wie du willst, ja sag ruhig. Ja, ich kann mir jetzt vielleicht ganz kurz einreißen, weil das auch ein Punkt dazu ist. Also Geburtstagsfeiern kann man halt auch außerhalb der Saison heiraten. Es gibt für uns Dienstleister… Heiraten sagst du. Außerhalb der Saison feiern. Genau. Es gibt für uns Dienstleister im Hochzeitsbereich, gibt es ja eine Season, eine Hochzeitssaison. Die ist so in der Regel von Ende April, Anfang Mai bis Ende Oktober, kann man sagen. Ja. So, das ist so für die Dienstleister ungefähr die Regel, die Hochzeitssaison. Das heißt, viele Hochzeiten finden da in dieser Zeit statt. Meistens natürlich Freitag oder Samstag. Das sind so die üblichen Tage. Das heißt, man ist quasi darauf, ja, man ist nur für diese beiden Tage quasi stark nachgefragt als Dienstleister. Und insofern ist das halt teurer. Würde ich meine DJ-Tätigkeit jeden Tag ausüben, wäre das vielleicht günstiger. Aber dadurch, dass es nur begrenzt ist auf diese beiden Tage, auf das Wochenende, das macht natürlich den Preis, schießt den Preis so ein bisschen natürlich nach oben. Und bei den Geburtstagsfeiern ist es so, um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt auch Geburtstagsfeiern, die halt auch außerhalb der Saison stattfinden. Und deswegen ist das etwas günstiger als innerhalb der Hochzeitssaison. Ja, stimmt. Cool, dann haben wir ja schon viele Sachen gesagt, die auch allgemeingültig sind. Was haben wir denn noch für Dienstleister? Also bei Foto und Video, das höre ich auch ganz oft. Warum ist das denn so, 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 so teuer? Also ich kann es natürlich auch verstehen. Da sind Preise, die gehen in die Tausende, Zweitausende, Dreitausende. Aber da ist genau das Gleiche in Grün. Also ein Fotograf macht auch in der Regel vorher ein Angebot, macht auch in der Regel vor der Hochzeit noch ein Kennenlerngespräch, manchmal sogar zwei. Ich kann sehr viele Fotografen, die zwei Kennenlerngespräche machen. Einmal ein Kennenlernen vor der Buchung, damit man sich auch sympathisch ist und einmal ein individuelles Gespräch, wo wirklich der ganze Hochzeitstag besprochen wird und auch die Art der Fotos, ob das Brautpaar eher schüchtern ist oder nicht oder welche Art der Fotos sie gerne mögen. Also sehr viele, gerade die Hochzeitsdienstleister, die haben da sehr viel Feingefühl und wollen wirklich auch ihr Bestes liefern und deswegen nehmen sie sich so viel Zeit. Das ist nämlich auch genau, gerade bei Foto und Video, genau der Unterschied, wenn ihr einen Fotografen bucht oder Videografen, die keine Hochzeiten machen, vielleicht werden sie sich diese ganze Zeit nicht nehmen und dann wird es auch einfach nicht so gut. Und dann ist es auch vielleicht billiger, aber dann wird es auch einfach nicht so gut, weil der Tag ist nicht besprochen, es wird auf nichts hingewiesen. Also wir haben ja einige Folgen mit Hochzeitsfotografen, Fotografinnen bisher, mit zwei. Genau, richtig. Kathrin und Melanie. Hört da ruhig mal rein, was für viele, viele, viele Tipps die beiden haben und dann werdet ihr einfach verstehen, was ich jetzt gerade sagen möchte. Die haben so viele Tipps für euch, dass ihr euch einfach am Hochzeitstag wohlfühlt, die ihr euch einfach fallen lasst und einfach dann gut aussieht auf den Fotos. Und das ist einfach der Unterschied. Und da bin ich wieder an dem Punkt, schon vor der Hochzeit geben, die sich so viel Mühe und investieren so viel Zeit in euch und Liebe und das muss halt irgendwie auch berechnet werden. Das muss halt auch irgendwie berechnet werden und dann gibt es auch das Angebot, was geschrieben wird und den Schriftverkehr, den Vertrag. Genau, und dann, was viele auch nicht, wie heißt es, nicht bedenken ist, dass so ein Fotograf oder Videograf komplett die ganze Zeit immer unter Strom sind, weil wir müssen ja den idealen Punkt vor der Linse haben. Das heißt, sie drücken natürlich ständig auf die Linse, um einfach den perfekten Moment zu haben und das heißt, sie produzieren so viel Material, das dauert danach so lange, das auszuwerten und diese von 1.000 Bildern, sage ich jetzt mal, die 500 besten rauszusuchen, das dauert halt auch ewig. Und so ein Video, natürlich gibt es Videografen, die günstiger sind, die 0815 immer gleich das schneiden und sich nicht so viel Mühe geben, aber es gibt auch gerade Hochzeitsdienstleister, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, individuell die Lieder dazu raussuchen, dann alles mit Musik schneiden und es dauert halt nach der Hochzeit auch noch sehr, sehr viele Stunden. Das ist ein Punkt. Gerade im Nachgang der Fotograf, der Videograf oder Grafin, die haben im Nachgang diese Nachbearbeitung, erstmal das Sammeln oder Sichten des Materials. Also ein Fotograf oder eine Fotografin macht ja nicht nur ein, zwei Fotos an einem Tag, sondern mehrere Tausend. Das heißt, die Tausend müssen erstmal gesichtet werden. Also allein das Sichten, wie viel Zeit da schon ist. Aussortieren, ja. Das Aussortieren kommt danach und dann vielleicht noch im Nachgang noch bearbeiten, Filter raussetzen, nochmal eine Rücksprache mit dem Braupaar, vielleicht kommt ein Bild, wird ersetzt. Also im Nachgang hat man auch noch Arbeit. Das ist alles Arbeitszeit, die man für andere Veranstaltungen vielleicht nicht so hat, aber gerade für Hochzeiten halt sehr, sehr speziell diese Arbeitszeit mit investieren muss. Und das spielt halt in den Preis auch mit rein. Deswegen sind Hochzeiten kostspielig. Genau. Was haben wir noch? Wir haben noch die Hochzeitstorte. Bei der Hochzeitstorte, da werdet ihr auch mehrere hundert Euro investieren, wenn ihr euch eine Hochzeitstorte leistet. Und werdet vielleicht auch denken, Mann, warum ist es so teuer? Aber auch genau da sind wir wieder am gleichen Punkt. Viele Damen und Herren der Patisserie nehmen sich halt im Vorfeld schon viel Zeit. Viele bieten auch eine Kostprobe, die aber mittlerweile auch ganz oft kostenpflichtig ist, weil es einfach auch viel Zeit ist, viel Material ist. Und natürlich sind auch die Rohstoffe, werden immer teurer. Und dann setzt sich ganz oft jemand mit euch hin, bespricht die Hochzeitstorte im Detail. Es wird auch wieder ein Angebot geschrieben. Das heißt, die müssen auch im Büro sitzen und auch da wieder Schreibkram. Und dann wird alles im Detail ganz genau und konzentriert aufgeschrieben, damit eure Torte auch genau so aussieht, wie ihr das haben möchtet. Ja, und dann haben sie noch keine Torte verkauft und hatten schon viel Arbeit. Ich will das jetzt bewusst so ein bisschen überspitzt sagen, aber einfach, damit ihr das versteht, es ist einfach viel Arbeit. Und die Hochzeitstorte an sich, da arbeitet man ja auch Stunden dran. Und dann gibt es noch diejenigen, die die Hochzeitstorte auch liefern. Und die berechnen ja nicht nur die Spritkosten, sondern auch den Menschen, der da durch die Gegend fährt. Und ihr wisst ja selber, die Spritpreise werden immer teurer, Personalkosten werden immer teurer. Und deswegen kommen diese Zahlen einfach zustande. Und wenn man das allein in Stunden umrechnet, dann ist so eine Hochzeitstorte eigentlich gar nicht so teuer. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ist ganz gut gewählt mit den Anfahrtskosten. Also wenn man das vergleicht mit einem anderen Event, vielleicht eine Geburtstagsfeier. In der Regel hat man vielleicht keine supergroße Geburtstagstorte oder einen supergroßen Geburtstagskuchen. Das heißt, die muss nicht irgendwie gefahren werden von jemandem, von einem Dritten, sondern die kannst du selber abholen im Auto auf dem Weg von A nach B und hast sie dann hingestellt. Aber bei einer Torte ist es tatsächlich anders. Die ist vielleicht groß, die muss gekühlt werden. Dafür brauchst du eventuell Fachpersonal, die das dann trägt und hinfährt. Und insofern ist das schon mehr Zeit und mehr Kosten, die da auf einen zukommen. Ich glaube, sowas hat man gar nicht auf dem Schirm, wenn man eine Hochzeitstorte bucht. Weil Torte ist Torte, denkt man sich. Und warum ist eine Torte bei Hochzeiten teurer als auf einer Geburtstagsfeier als Beispiel? Und das ist ein Grund. Ja, aber ich habe tatsächlich auch schon supergroße Unterschiede gesehen von den Anbietern, die Konditoreien, die wir so anbieten, wo die Torte halt immer perfekt aussieht. Und manchmal hat ein Brautpaar auch jemand in der Familie oder im Freundeskreis, der eine Torte gezaubert hat. Ja, und es ist da auch wieder das Know-how, das Wissen. Wie mache ich das? Wie schaffe ich es, dass meine Torte bis zum Anschnitt gerade bleibt und dass sie nicht schon unterwegs schon schief wird oder einknickt oder beulen hat. Stimmt. Diese ständige Weiterbildung, weil auch die Tortenmode ändert sich. Das hört sich jetzt total verrückt an, aber wenn man sich so mit Hochzeiten beschäftigt, wie wir Hochzeitsprofis, werdet ihr sehen, dass es tatsächlich eine Mode für alles Mögliche gibt und sogar auch für Hochzeitstorten. Und auch da gibt es ständig neue Techniken, neue Dinge, die dann auch die Patisserie dann mitlernt, die Konditoren und ja, da muss man halt immer mitgehen. Ja, also. Und auch Sachen ausprobieren und das Material kaufen, einfach machen und tun. Ja, deswegen ist das alles so teuer. Gerade das mit dem Know-how, was du gesagt hast, dass eine Torte, vielleicht mehrstöckige Torte, dass die dann nicht in sich zusammenkracht irgendwie beim Schneiden oder vorm Schneiden schon. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du gerade angerissen hast. Das hatte ich auch schon mal, dass eine Torte dann irgendwie, bevor es überhaupt losging, schon aufgrund der Hitze, weil sie nicht gekühlt wurde, schon in sich zusammenkracht wurde. Gott. Wer hat die Torte gemacht? Eine Bekannte. Also gerade das Know-how, darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus, das Know-how für jemanden, der eine Torte macht, für Hochzeitstorten spezialisiert ist, der weiß das dann natürlich auch. Bei gewissen Temperaturen, was muss er reinstecken, damit sie nicht reinfällt, wie muss sie stabilisiert werden, wie muss sie gekühlt werden und so weiter. Das ist halt das Wissen, was man bei vier Hochzeiten dazu bezahlt. Ja. Dann haben wir noch den Hochzeitsplaner. Ja, warum ist ein Hochzeitsplaner so teuer? Auch da, ich glaube, der größte Faktor ist da auch das Fachwissen, die Erfahrung und die Zeit. Also, wenn ihr mal so googelt, wie lange braucht man, um eine Hochzeit zu planen, dann kommen oft so 200 Stunden. Wir bei uns im Team, wir rechnen tatsächlich unsere Hochzeitsplanung nach Stunde ab. Und unsere Hochzeitsplanung liegt meistens bei einer, ich sage mal, in Anführungsstrichen einer durchschnittlichen Hochzeit zwischen 50 und 100 Stunden, weil wir ja natürlich unsere ganzen Anbieter hier kennen und unsere Locations kennen und wir viel schneller planen, als wenn man jetzt alleine als Brautpaar recherchiert. Aber selbst wir, obwohl wir das alles wissen und kennen, recherchieren wir ja trotzdem, weil wir sehr, sehr individuell arbeiten. Und dann landen wir trotzdem zwischen 50 und 100 Stunden. Also, wir haben natürlich auch schon Hochzeiten gemacht, die sehr, sehr super aufwendig waren, wo wir mit den 100 Stunden nicht mehr klargekommen sind. Das wurde aber vorher besprochen. Ja, aber wenn ihr jetzt einfach mal denkt, okay, ich gehe jetzt zu irgendeinem Anbieter, der pro Stunde abrechnet, sei es jetzt ein Fliesenleger, sei es ein Arzt, sei es ein Rechtsanwalt, sei es ein Marketing-Spezialist, jemand, der eine Webseite baut. Also, diese ganzen Menschen, die freiberuflich unterwegs sind, was nehmen die als Stundenlohn? Ich glaube, unter 60 Euro findet man gar nichts mehr heutzutage, weil man einfach so viele Steuern bezahlen muss und so viele Nebenkosten hat und was weiß ich, was man alles bezahlt und die GEMA und die IHK und die Webseite und was man alles bezahlt als Selbstständiger. Also, wenn man 60 Euro nimmt, was bleibt denn da übrig? 20 Euro vielleicht abzüglich dieser ganzen Kosten. Ja, und von irgendwas muss man einfach leben. Und wir alle Hochzeitsdienstleister, wir sind, ja, fast alle selbstständig, oder? Wir sind alle selbstständig. Ja, mir fällt keiner ein, der nicht selbstständig ist jetzt gerade. Und gerade der Blickwinkel, wie du gesagt hast, für einen Selbstständigen, du arbeitest halt selbst und ständig. Vielleicht für die Brautpaare, die haben halt die Vision, wenn ich das jetzt mal auf den DJ ummünze, wie, du arbeitest doch nur acht Stunden, aber das ist ja, im Prinzip ist es ja nicht so, das ist ja ein Trugschuss. Du bist ja als Dienstleister, jetzt war ich weg vom DJ, du arbeitest halt nicht nur die acht Stunden an dem Tag, sondern die Vorbereitung, die Nachbereitung für den Fotografen beispielsweise. Einfach die Kommunikation, die dir vor und nachgang noch ist. Du hast so viele Stunden, die du da investierst und im Endeffekt sind es dann irgendwie nicht acht oder zehn Stunden, die an dem Hochzeitstag anfallen, sondern durchaus noch viel, viel, viel mehr. Und aufgrund dessen sind Hochzeiten etwas kostspieliger als vielleicht ein anderes Event oder vielleicht sind sie gar nicht so kostspielig, wie man vielleicht denkt, so im ersten Fall. Genau, wenn man das nämlich alles auf die Stunden rechnet, wie viele Stunden investiert werden, um euch einfach eine liebevolle, tolle und vor allem individuelle Hochzeit zu gestalten. Das Individuelle ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Alle Dienstleister, auch der Planer in Begriffen, also natürlich gibt es Hochzeitsplaner, die ein Paket haben und der Kredite das Gleiche. Also das gibt es auch bei allen Dienstleistern, das werdet ihr aber schnell den Unterschied sehen, wenn das für euch okay ist. Es gibt Dienstleister, die günstiger sind, die haben irgendwelche Pakete geschnürt. Bestes Beispiel, es gibt Hochzeitsplaner in Las Vegas, die sagen, hey, für 500 Dollar kriegst du eine Hochzeit, du kommst hier rein mit deinem Auto, kannst auswählen zwischen weißen Blumen und roten Blumen, Sekt oder kein Sekt, Elvis oder kein Elvis. Die McDonalds-Hochzeit. Genau, Kuchen, kannst du Erdbeer, Schoko, Vanille auswählen und gut, iss. Und Brotkleid bringst du ja bitte selber mit. Also alles von der Stamme. Genau, also und dann zahlst du 500 Euro und gut ist. Das ist auch durchaus berechtigt, wenn ihr sowas cool findet und dann spart, dann ist das okay. Aber wenn ihr jetzt einfach eine individuelle Hochzeit euch erträumt, dann ist es so, dass einfach dieser Planungsaufwand sehr, sehr, sehr viel größer ist. Und allein, wenn man diese ganzen Vorbereitungen, Nachbereitungen und auch die Planungszeit für den Planer, wenn man das einfach in Stunden abrechnet und eben mal überlegt, vielleicht habt ihr ja auch die Erfahrung nicht, weil ihr vielleicht angestellt seid, aber ein selbstständiger Mensch muss einfach sehr, sehr viele Steuern zahlen, sehr, sehr viele Nebenkosten zahlen und muss halt von irgendwas leben und so. Also es ist auch irgendwann endlich, wir können auch nur x Aufträge annehmen. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt. Das ist auch ein Punkt. Aber ich will nochmal ganz kurz da, nochmal, bevor wir über das Skalieren vielleicht sprechen, also das finde ich einen guten Punkt, die Tätigkeit von uns, die ist ja nicht immer dieselbe. Also natürlich, du kannst Sachen von der Stange bestellen. Klar kannst du einen DJ spielen, der spielt immer selber von der Playlist, aber in der Regel ist das ja nicht so. Also wenn ich das jetzt auf mich ummünze, ich nehme mir natürlich die Zeit, bespreche die Musik, spiele also alles personalisiert und individuell und bei allen anderen Gewerken ist das ja auch so. Du investierst die Zeit immer individuell und es ist nicht alles von der Stange und insofern macht das halt den Preis dann am Ende aus. Das ist ja auch noch ein guter Tipp, was jetzt für DJs, ne? Es gibt ja DJs, die haben ihre Playlisten und fertig. Für Dinner ist immer das und Playlist für Party ist immer das und das und ist bei der Hochzeit halt meistens nicht, weil da wirst du ja vorher das Gespräch führen und dir genau aufschreiben, okay, Backstreet Boys sind out, mag die Braut nicht oder was weiß ich was oder sind gerade in, mag die Braut total gerne. Genau, du musst halt sehr individuell sein und auch den Tag, der Tag kann ja auch mal individuell sein, ist ja auch nicht mehr derselbe und darauf musst du dich halt einschießen, so als Dienstleister. Genau, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu dem Skalieren. Also wir selber, also die Solo-Selbstständigen unter uns, wir können ja den Tag nicht zwei- oder dreimal verkaufen. Ich für meinen Teil kann mich nur einmal verkaufen. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, so viele Hochzeiten anzunehmen an einem Tag und deswegen habe ich da eine feste Summe und mache da natürlich auch den Preis irgendwie wieder, spiele den Preis da auch wieder, dass das vielleicht etwas kostspieliger ist als andere Feiern, sage ich jetzt mal. Ja. Ich hatte hier noch was Kleines notiert. Wir machen jetzt auch mal Notizen natürlich. Die Einladungskarte, das ist auch noch so ein Punkt. Das ist jetzt sowas ganz Winziges im Budget im Vergleich zur Location zum Beispiel, aber das sind lauter so kleine Beispiele, wo ich immer die Frage bekomme, warum sind Hochzeiten so teuer, warum ist denn die Einladungskarte so teuer? Und da sage ich immer, überlegt mal, wenn ihr irgendeine Karte irgendwo kauft, in irgendeinem Shop kostet die auch 3,50 oder 4,50, habe ich auch schon gesehen, dann ist es einfach eine Karte. Blanko, nichts drauf. Da steht herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und gut ist. Ja. Und das Papier ist meistens überhaupt gar nicht gut. Also das ist einfach nur eine Pappe, so ein bisschen dickeres Papier. Das wäre das quasi das Beispiel von der Starre. Ja, da achtet auch niemand auf das Papier. Man findet den Spruch gut oder das Bild hübsch, fertig ist der Schuh. Bei der Einladungskarte wird alles liebevoll ausgesucht. Da steckt auch so viel Arbeit dahinter. Ganz oft wird die heutzutage individuell designt oder es gibt Designs, die dann individuell nochmal umgestaltet und geschrieben werden, vielleicht personalisiert werden. Vielleicht hat man dann irgendwas geschrieben, hat noch einen Schreibfehler drin, und dann wird das nochmal korrigiert. Also man bekommt ganz oft ein PDF zur Voransicht. Und ja, und da stecken halt überall Menschen dahinter, die dann vielleicht auch das individuelle Papier besorgen müssen. Und dann werden die Karten vielleicht noch von Hand geschnitten, zusammengebunden, gefaltet oder was auch immer. Also es steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und da finde ich, dass so eine acht Euro pro Karte total gerechtfertigt ist, wenn man diesen ganzen Weg dorthin zur Karte bedenkt. Und ganz oft ist ja so eine Karte auch für zwei Menschen, also wenn du jetzt ein Pärchen einlädst, so dass es dann wieder vier Euro pro Person ist, das relativiert sich dann auch wieder. Genau. Ich hatte jetzt noch einen Punkt bei Hochzeiten. Warum die Grundlage der Folge ist ja, warum sind Hochzeiten so teuer? Diese Hochzeit ist ja eine Feier, ein Event. Und in der Regel braucht man gar nicht so viele Gewerke buchen. Und bei einer Hochzeit ist es tatsächlich so, da hat man viele Gewerke, viele Dienstleister am Start, also von DJ, Fotografen, Blumen, Deko, dies, das. Für eine Geburtstagsfeier hat man das vielleicht in der Regel nicht. Da hat man nicht so viele Gewerke. Vielleicht hat man da keinen Planer. Vielleicht hat man da keinen DJ. Okay, vielleicht lädt man da einfach die Leute zu einem nach Hause ein und macht ein Barbecue, jeder kauft Fleisch und los geht's. Oder Gemüse. Aber was ich sagen will, du buchst einfach nicht so viele Dienstleister. Und nicht so aufwendig. Und nicht so aufwendig. Also das macht natürlich die Menge. An der Stelle bei Hochzeiten macht es auch aus, dass du halt viele Dienstleister buchst oder Gewerke. Genau. Du hast noch ein Thema gesagt, Blumen. Ja. Wegen nicht so aufwendig. Also ganz oft hat man ja dann irgendwelche Blumen auf dem Tisch. Ich meine, okay, natürlich kannst du einen Geburtstag auch grandios feiern und pompös und kannst ganz viel Geld ausgeben. Natürlich. Heutzutage werden ja alle feiern immer schöner und toller. Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist jetzt kein runder Geburtstag und man will einfach nur schön essen gehen und da würde man vielleicht sogar gar keine spezielle Blume buchen, weil bei dem Gastronomen ist sowieso mal ein Blümchen auf dem Tisch. Richtig. Was macht die Blumen so teuer für die Hochzeit? Das ist einfach auch dieser ganze Mehraufwand. Also ganz oft ist es so, die Braut oder das Brautpaar hat Bilder gesammelt aus dem Internet, findet irgendwelche Bilder total toll und geht zum Floristen und hat ein erstes Beratungsgespräch. und das Beratungsgespräch dauert bei uns in der Regel mindestens eine Stunde, dass man da über den Brautsprach spricht, vielleicht über die Blumen der Trauung, vielleicht noch die Location wird dekoriert, vielleicht noch die kleinen, was weiß ich, Kaffee- und Kuchentische und so weiter und so fort. Man wird alles durchgehen, brauchen wir Streublumen, solche Dinge. Das heißt, der Florist hat da schon mal mindestens eine Stunde, manchmal sind es auch zwei Stunden Aufwand. Und dann wird auch da wieder ein Angebot geschrieben, ganz oft auch bebildert. Es müssen passende Bilder rausgesucht werden, die so ähnlich wie möglich sind, was ja auch sehr, sehr schwer ist, weil wir machen ja immer individuelle Hochzeiten. Also ist das schon mal wieder ein Aufwand, diese Bilder zu suchen, beziehungsweise hat die Braut ein paar Bilder ja vielleicht mitgebracht. Die müssen eingearbeitet werden. Allein dieses Angebot dauert. Ganz oft erschrecken sich viele Bräute, dass es ja so, so teuer ist, weil einfach der Wert der Blumen an sich teuer ist. Also Blumen werden auch immer teurer und es wird auch immer teurer, immer schwieriger Personal zu finden, auch bei den Floristen, sodass da auch das Handwerk, also der Florist muss ja auch seine Leute bezahlen. Von daher muss das auch ein bisschen einkalkuliert werden. Ja, und wenn dann das Brautpaar sagt, tut mir leid, das muss alles weniger üppig sein, wir streichen den Posten und machen den weniger üppig, dann gibt es ein zweites Angebot. Also auch da ist wieder so viel Aufwand. Dann gibt es die Blumenbestellung, dann wird alles gemacht, dann wird alles geliefert, dann wird alles aufgebaut. Gerade diesen Aufbau, der wird auch so, so, so unterschätzt. Der Aufbau dauert ewig. Und kann auch nicht jeder machen. Das dauert ewig und das kann auch nicht jeder. Also ich würde, ich habe schon tausend Hochzeiten, gefühlte tausend Hochzeiten, natürlich nicht reelle tausend Hochzeiten, aber gefühlte tausend Hochzeiten. Viele, viele, viele. An so vielen Hochzeiten teilgenommen, ich würde es mir nicht zumuten, so einen ganzen Blumenbogen da zu schustern und zu zaubern und hätte dann Angst, die Blumen fallen dann raus während der ganzen Traum. Also da ist auch sehr, sehr viel Fachwissen, das einfach bezahlt werden muss. Und von daher, wenn ihr das so betrachtet, habt ihr hoffentlich ein bisschen mehr Verständnis für diese ganzen Dienstleistungen, die einfach sehr, sehr viel Liebe und auch sehr viele Details und sehr viel Arbeit und Zeit einfach in eure Hochzeit stecken. Mir wurde mal gesagt, dass Hochzeiten, das geht jetzt in Richtung Musik, aber ich finde das eigentlich ein gutes Beispiel für alles. Es geht nicht nur für Musik. Hochzeiten ist die Königsdisziplin, wurde mir immer so gesagt. Also gerade in Sachen zum DJ zu der Musik, weil da wirklich, also dieses Fachwissen, was du gesagt hast, du brauchst ein viel größeres Fachwissen, du brauchst eine sehr, sehr gute Erfahrung, und das kann nicht jeder einfach so machen. Und vieles ist sehr individuell und personalisiert und dahingehend ist es auch ein Job, so ein Hochzeitsdienstleister-Job kann wirklich nicht jeder machen. Und von daher, ja, stimmt schon mit der Königsdisziplin. Das ist ein schönes Endwort. Du hast wirklich sehr, sehr viel Wissen, was du mitbringen musst und musst dich auch immer wieder weiter, also brauchst du auch immer wieder eine Weiterbildung. Das Thema Hochzeiten bleibt ja nicht an der Stelle stehen, so wie vor 20 Jahren, sondern die Hochzeiten und die Gesellschaft entwickelt sich ja auch weiter. Das heißt, wir Selbstständige zahlen auch in den Weiterbildungen oder haben Kosten in Weiterbildungen. Und das ist ja auch Zeit wiederum. Also die Zeit, die steckt da natürlich dann auch in dem Preis drin, die ich dann investieren muss in die Weiterbildung, anstelle irgendwie, mit Freunden irgendwie mal Essen zu geben, sich selbst weiterzubilden. Genau. Genau, also wir hoffen, wir haben euch irgendwie zeigen können, dass wir, wenn ihr wirklich Hochzeitsdienstleister bucht, wenn das Wort Hochzeit drin ist, dann heißt es nicht, dass wir einfach nur teurer sind, um euch abzuzocken, sondern wir sind vielleicht teurer, ich sage jetzt mal, wir bewusst alle Hochzeitsdienstleister in der Gesamtheit, weil wir einfach versuchen, euch mit unserer ganzen Liebe, mit unserem ganzen Know-how, mit unserer ganzen Erfahrung, geben wir gerne mehr Arbeit, mehr Zeit und mehr Liebe in eure Planung und dann auch in den Hochzeitstag selber, in die Vorbereitung und auch in die vielleicht Nachbereitung, einfach damit es sehr individuell ist, damit es detailverliebt ist und euch den bestmöglichen Tag einfach zu zaubern, weil es soll ja ein einmaliger und ein schönster Tag werden. Genau. Das war ein gutes, schönes Schlusswort. Ich glaube, das haben wir alles, oder? Ja. Ja, dann, meine Lieben, falls euch noch was einfällt dazu, zu dem Thema, falls ihr noch irgendwie eine Anregung habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch. Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch coole Hoodies, Tassen, sogar Baby-Strampler oder Hundi-Zubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.